Willkommen Freunde zum heutigen XP Glitches Video und ich hoffe ihr habt die Glocke aktiviert, denn diejenigen die gerade eine Benachrichtung bekommen haben, bei denen werden die Glitches wahrscheinlich noch funktionieren, aber dennoch Freunde habe ich heute versucht mal ein paar Glitches rauszusuchen, die vielleicht nicht jeder kennt, deswegen heute willkommen zu Fortnite VIP Glitches, ich weiß Freunde viele machen gerade Glitches, allerdings werden die hier nicht im Radar sein von Epic Games, das heißt also sie werden viel länger funktionieren und sie sind absolut krank. 100.000 Erfahrungen in einer Sekunde und sowas Freunde, werdet ihr alles gleich sehen und wir haben einige AFK Glitches, wo ihr einfach nur chillen könnt, stehen bleibt und sammelt sich zu Tode hoch. Und falls ihr euch fragt, warum ihr meine Fresse gerade zweimal seht, ich habe das Ganze vorhin schon mal aufgenommen, aber hört mal ganz kurz in die Audio rein. Freunde, ich hoffe ihr habt die Glocke aktiviert gehabt, denn jetzt gibt es wieder ein paar... Ja, deswegen nehme ich kurz nochmal neu auf Freunde und zeige euch sie auf ganz schnelle Welle. Es wird hier nicht viele Cuts geben, das sage ich jetzt schon mal, es wird kaum Cuts geben, aber darum geht es ja auch nicht, es soll einfach nur schnell informativ für euch sein. Hier haben wir den allerersten Code, den geben wir einfach ein und dann joinen wir hier gleich in diese Boxfight Lobby. So, hier chillen wir jetzt Freunde und rennen jetzt hier ein bisschen rum und ihr seht schon, wenn wir an diese Wände gehen und springen, kriegen wir direkt 4.000 Erfahrungen und das ist halt eigentlich so übertrieben OP, wenn man einfach innerhalb nur von... Man muss kurz springen, 4.000, dann springst du nochmal und nochmal 4.000 und das funktioniert an jeder einzelnen Wand und auch in einer Public Lobby, deswegen seht ihr hier, dass wir noch Gegeneinander haben, die fighten alle gerade und trotzdem können wir die ganze Zeit rumlaufen und Erfahrung sammeln. Absolut krass. Ich zeige euch mal ganz kurz, wie das aussieht, wenn wir in eine normale private Lobby gehen und zwar seht ihr schon, hier sind wir jetzt in einer privaten Lobby und ihr seht immer diese Sachen an der Wand, Use Code Kittenbev, sagen wir mal an der Stelle. Da kriegt ihr die Erfahrung fürs Springen, aber auch in den Ecken, wenn ihr da hinschießt Freunde, kriegt ihr auch jedes Mal für die Schüsse Erfahrung, ist aber nicht so viel wie in dem Fall, wenn ihr jetzt da hinten hinlaufen würdet. So, ich zeige es euch kurz, ich springe die einfach hoch und kriege auf ganz schnell eine schnelle Welle, 4.000, 8.000, 12.000 Digga, gehen zur anderen Seite, spring nochmal hoch, nochmal Digga, direkt 4.000, 8.000. Also, es ist ein unendlich XP Glitch Freunde, der ist halt übertrieben OP. Wir haben aber noch einen krasseren und den zeige ich euch gleich. So, für den nächsten Glitch Freunde kommen wir zu einem AFK Glitch, wo ihr einfach nichts machen müsst außer rumstehen und ihr sammelt so viel Erfahrung. Ihr seht oben in der Mitte ist der Code, vergesst nicht hinten die 23 an den Code dran zu hängen, damit dann eben diese Version hinzugefügt wird. Ihr müsst nicht ein V schreiben auf Konsole oder sowas, einfach nur den Code dran hängen, das V kommt von selbst. So, wenn ihr gespawned seid, rennen wir jetzt hier hinten zu dieser Ecke Freunde, wo so zwei Bilder angezeigt werden. Und wenn wir da einmal kurz springen, seht ihr, wir sind an der falschen Seite, deswegen rennen wir kurz zur anderen Seite rüber. Denn es gibt noch eine Fläche, die genau so aussieht und da gehen wir kurz hin und wenn wir jetzt springen, ihr seht es instant, wo sie wird tippelt und wir kriegen die ganze Zeit Erfahrung. In meinem Fall kriegen wir jetzt sehr, sehr wenig, weil ich habe halt ein XP Limit gerade, aber es funktioniert trotzdem und es ist halt eher auch dafür gedacht, dass man einfach, keine Ahnung, Konsole anlässt, weggeht und dann hat man am Ende des Tages 300 Level bekommen. Aber ich weiß, ihr wollt einen XP Glitch ein bisschen mehr bringen und zu dem kommen wir jetzt auch noch. Denn wenn ihr jetzt hier oben den Code eingibt, ihr seht es wieder, Version 13 nicht vergessen, dann spawnen wir hier in einem Feld voll mit Waffen und da hinten sehen wir auch schon eine ganz wichtige Sache, auf die wir achten müssen. Denn Freunde, die ganzen Waffen, die hier rumliegen, die ignorieren wir ganz kurz. Wir brauchen auch nichts anderes machen, wir rennen nämlich direkt da hinten hin zum Tresor und nicht in den Tresor, sondern wir gehen hinter den Tresor. Denn da haben wir einen Knopf mit einem Secret Award und da kriegen wir jetzt auch die ganze Zeit 23 Erfahrungen pro Sekunde. Vorhin waren es 14, jetzt sind es 23, ist nicht die Welt, Freunde, ich sage es nochmal, aber es geht ja darum, dass man ein AfK-Glitch hat und man so die ganze Zeit sammelt. Wir haben aber noch einen viel, 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 viel krasseren, Freunde, die 100.000 Erfahrungen sind immer noch da, ne, passt auf. Denn bei Map Nummer 3, Freunde, geben wir wieder den Code hier oben ein mit Version 57 und dann, wenn ihr hier seid, hebt ihr die ganzen Waffen auf, die ich unten rechts auch habe. Die zwei mythischen und eine Pumpkin- und ein Pumpkin-Raketenwerfer. So, die drei Sachen müsst ihr kurz aufheben, auf entspannt und dann gehen wir kurz hier hinten zu diesem Button. Wir springen oben drauf und wenn wir dann nochmal springen, seht ihr, wir werden sofort teleportiert. Nehmen den Raketenwerfer, ballern den auf dieses Zielding, werden nochmal teleportiert und jetzt gehen wir hinten zu dieser Musiknote. Denn das ist wichtig, Freunde, hier dürft ihr nichts falsch machen, da einfach nur E drücken und ihr werdet zurückteppet. Und solltet jetzt sofort 34 Erfahrungen kriegen pro Sekunde, also mehr als in den letzten zwei. So, wir gehen kurz zu diesem Tresor, Freunde, immoten einfach ganz entspannt davor und werden TP zu diesem Domino-Ding. Dann Minigun auspacken, hinschießen, zum Schneemann kurz Erfahrungen einsammeln und jetzt kriegen wir bis zu 90 Erfahrungen pro Sekunde oder so. Also das ist jetzt schon relativ stark. Also 90 Erfahrungen pro Sekunde, ihr könnt nichts sagen, das ist heftig. Das sind so circa 10.000 die Minute und wenn man sich jetzt hochrechnet, vielleicht 100.000 die halbe Stunde, keine Ahnung. Aber wenn ihr es den ganzen Tag laufen lasst, habt ihr eine Million Erfahrungen gesammelt in einem Tag. Kommen wir jetzt aber zu dem Glitch, auf den ihr wahrscheinlich alle gewartet habt, Freunde. Und zwar der stärkste von allen. Ihr gebt diesen Code hier ein und wir gehen jetzt kurz ins Game rein. Denn einige von euch kennen wahrscheinlich diese Map schon, die ist halt schon ein bisschen bekannter. Und wir haben sie auch schon oft in Videos benutzt, es ist nämlich diese Pro FFA Arena. Die haben wir schon sehr oft benutzt, Freunde, und die legen auch irgendwie immer wieder nach. Deswegen denke ich auch oft, dass das einer von den Glitches ist, der am schnellsten gefixt werden könnte. Benutzt den also, so schnell es geht. Wenn ihr das jetzt gerade seht, geht direkt rein, benutzt den. Und die anderen werden, glaube ich, ein bisschen noch dauern, bis die weg sind. So, und sobald ihr hier seid, gehen wir direkt diese Treppe hier hoch, Freunde. Und ihr seht, wir kriegen 1.000 Daily Reward-Dingens XP. Aber scheiß auf diese 1.000, die jucken halt einen einfach null in dem Moment. Wenn ihr gleich seht, was wir gleich kriegen, das ist absolut von einem anderen Universum, Digga. Heißt also, wir gehen jetzt in diese Safe Area rein, laufen durch die Tür. Und ihr seht, hier hinten haben wir wieder den Eingang zum Store. Wir reinen in den Store rein und jetzt da hinten kurz zu den Automaten. Bruder, diese ganze Erklärung macht mich müde, Alter. Wir gehen zu den Automaten und hinter den Automaten können wir jetzt endlich emoten. Und ihr passt auf, 60.000, dann jetzt 100.000, dann jetzt 130.000. Bruder, ja, ich bin gleich bei Dingens, nächste Battle Pass von Neues Season. Wir kriegen hier so viel Erfahrung, Freunde. Ihr könnt den ganzen Tag hier chillen und sammeln einfach nur durch und durch und durch. Wobei, ich glaube, man kriegt nur einmal bis zu 200.000 und danach wird das geblockt hier. Testet alles gerne selber aus, vor allem macht den jetzt hier und danach... Oh, 14.000 XP nochmal. Macht den jetzt hier und dann geht er nochmal zurück zum Anfang, beim ersten. Denn ich glaube, der erste ist am krassesten von allem, weil er durchgehend funktioniert. Ihr könnt aber kurz 200.000 mitnehmen, Digga, und dann Heide weg. Wenn es euch gefallen hat, Freunde, dann lasst den Video auf jeden Fall einen Daumen nach oben dann jetzt da. Und ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder bei einem neuen Video und hoffentlich vielleicht sogar ein GTA-RP-Video. Man sieht sich und haut rein.